In dieser Aufnahme geht es insgesamt um statische und dynamische Paketfilter. Wir kommen zunächst mal zu den statischen Paketfiltern, die auf der Vermittlungs- und Transportschicht arbeiten. Und wo es nicht so ist, dass ich das unbedingt als extra Gerät haben muss, sondern man kann das auch in Routern integrieren, was sich insbesondere bei geringen Datenraten, also wo die Anbindung an den Internet-Service-Provider kleiner als 100 Megabit pro Sekunde ist, anbietet. Die Firewall bzw. der Router vergleicht dann empfangene Pakete mit vorkonfigurierten Regeln, die sich auch Screening-Regeln nennen. Und die Selektionskriterien für die Regeln, die beziehen sich auf den IP bzw. auf den TCP- und UDP-Header. Wir können das jetzt hier in der nächsten Folie mal anschauen, wo wir den IPv4 bzw. den TCP-Header sehen und sehen hier markiert die Bereiche, die dafür besonders relevant sind. Das sind im IP-Header insbesondere die Bereiche der Source und Destination IP-Adress und des Upper Layer-Protokolls. Das Upper Layer-Protokoll ist ja dann das Protokoll auf der nächsthöheren Schicht. Das heißt, hier könnte eine Kennung für ICMP, TCP oder UDP enthalten sein. Auch die Optionen und die Flex können eventuell interessant sein. Beim TCP-Header geht es insbesondere um die Quell- und Zielportnummern und um die Flex. Das heißt, das sind ja die Bereiche zum Beispiel, die gesetzt werden beim TCP-Verbindungs-Up- oder Aufbau. Und auch die Optionen können hier relevant sein. Ja, bei solchen Screening-Regeln, da hat man dann zwei Teile. Zunächst mal hat man gewisse Selektionskriterien und diese werden dann ausgewertet, ob die zutreffen, also ob das True oder False ist. Die Selektionskriterien können dabei, wie jetzt eben gesehen, Portnummern, Protokoll-IDs oder zum Beispiel, ob das Syn- oder Acknowledgement-Flag hier enthalten ist, sein. Und ja, wenn eine der Regeln jetzt hier entsprechend der Selektionskriterien anwendbar ist, also mit True hier ausgewertet wird, dann wird als zweites dann die entsprechende Aktion hier durchgeführt. Wobei es drei verschiedene Möglichkeiten für Aktionen gibt. Zum einen kann ein Paket durchgelassen werden. Das ist dann eine Lau-Regel. Und bei den Verboten, das heißt, wenn ein Paket nicht durchgelassen werden soll, gibt es noch die Unterscheidung, dass das Paket entweder kommentarlos verworfen wird. Dann nennt sich das Ganze Deny. Oder es könnte auch sein, dass das Paket zwar verworfen wird, aber man eine Fehlermeldung per ICMP an den Absender zurückschickt. Dieser letzte Fall ist dann relevant, wenn man jetzt zum Beispiel eine, ja nicht so genau weiß, was das für Datenverkehr ist und vermutet, das könnte jetzt eventuell eine neue Anwendung sein, sodass man dann demjenigen, der diese neue Anwendung konfiguriert hat, den Hinweis gibt, dass die jetzt an der Firewall nicht erlaubt wird. Weil sonst, wenn die Firewall die Dinge einfach kommentarlos verwerfen würde, dann wäre es für denjenigen, der diese neue Anwendung machen möchte, eventuell schwierig festzustellen, dass das Ganze durch die Firewall verworfen wird, weil auch sonst einige andere Ursachen in Frage kämen. Also dieser Punkt würde sich dann Reject nennen. Ja, man muss hier insgesamt aufpassen, wenn man jetzt solche Screening-Regeln aufstellt, dass diese sequenziell nacheinander abgearbeitet werden. Das heißt, es kommt auf die Reihenfolge an. Die erste Regel, bei der diese Selektionskriterien zutreffen, die also mit True ausgewertet wird, deren Aktion wird gemacht. Wenn jetzt weitere Regeln wären, die dem widersprechen würden, dann würden die gar nicht mehr beachtet. Das sehen wir jetzt auch gleich an einem Beispiel. Also das Beispiel ist jetzt hier so, dass wir das Subnetz 192.168.42.0-24 haben und dieses ist mit dem Internet verbunden und zwischen unserem inneren Netz und dem Internet ist hier so eine Paketfilter-Firewall. Ja, dann haben wir jetzt hier unten entsprechende Regeln. Und zwar ist die erste Regel, dass von der Quell-IP-Adresse 192.168.42.0-24 und derselben Zieladresse, da wird der Datenverkehr hier nicht zugelassen. Der wird kommentarlos verworfen. Ja, das ist jetzt ein Fall, der einen zunächst mal verwundern könnte. Aber wenn man sich das Ganze etwas genauer überlegt und sich fragt, warum kann denn das sein, dass dieser Datenverkehr überhaupt an der Firewall vorkommt, wenn er doch vom inneren Netz ins innere Netz geht, dann wird man sehen, dass dann offensichtlich hier die Quell-Adressen gefälscht sind. Das heißt, die Quell-Adressen, die hier angegeben werden, das sind gar nicht welche aus dem inneren Netz, sondern die müssen irgendwie anders eigentlich gewesen sein. Und also es geht um gefälschten Datenverkehr und das ist sicherlich irgendwelche Angriffsaktionen, die hier gefahren werden, sodass der Datenverkehr verworfen werden soll. Bei der zweiten Regel geht es jetzt auch um einen Verwerfen. Und zwar möchte man hier nicht, dass jetzt hier irgendwie Telnet-Datenverkehr von außen kommt. Also sozusagen der Fall, dass man irgendwie ein Gerät hat, das vielleicht noch Telnet macht, was natürlich auch nicht so sinnvoll ist. Aber auf jeden Fall möchte man nicht, dass jemand von außen auf einen Telnet-Server, der sich in unserem Netz befindet, zugreift. Solcher Datenverkehr soll auch kommentarlos verworfen werden. Ja, bei den Regeln 3 und 4, die man jetzt in der Zusammenschau betrachten muss, da geht es jetzt um etwas, was hier erlaubt ist. Und zwar geht es um das Verwenden von WWW-Servern, wobei sich diese WWW-Server jetzt nicht in unserem inneren Netz befinden, sondern irgendwo im Internet. Und da möchte ich gern, dass man mit der Regel 3 dann auf diese Web-Server zugreifen kann. Und diese Web-Server werden identifiziert über den entsprechenden Well-Know-Port, die Port Nummer 80. Damit diese Server auch entsprechend antworten dürfen, hat man die Regel 4, die die Gegenrichtung hier entsprechend auch erlaubt. Ja, gucken wir jetzt hier nochmal weitere Regeln an. Also mit den Regeln 5 und 6 geht es jetzt um SSH. Wobei das SSH jetzt hier spezieller erlaubt werden soll, nämlich nur zwischen zwei ganz speziellen Rechnern, wo man vielleicht so eine Art einfache VPN-Konfiguration hat. Also der eine Rechner aus unserem internen Netz, der soll diesen SSH-Server ansprechen können. Und da sehen Sie auch, der SSH-Server ist jetzt nicht in unserem Netz, sondern befindet sich an dieser einen speziellen Stelle im Internet. Und mit der Regel 6 wird ihm auch erlaubt, dann entsprechend hier zu antworten. Ja, bei der Regel 7, da wird jetzt hier festgelegt, dass ein spezieller Host aus unserem Netz nicht den World Wide Web Datenverkehr erzeugen darf. Also sprich, dieser darf nicht im Internet surfen. Und hier ist jetzt eine Stelle, wo man eine Regel hat, die jetzt spezieller ist und die aber in keinem Fall relevant würde, weil die Regel 4 jeweils schon ausgeführt würde, die, wenn wir nochmal hier zurückblättern, ja generell erlaubte, dass man hier auf das Internet zugreift. Genau, und das ist aber jetzt bei diesem einen Rechner hier nicht erlaubt. Okay, dann, ja, und dann, wenn man jetzt irgendwelche Datenverkehr hat, der jetzt nicht zu einer der Regeln passt, dann braucht man eine Default-Firewall-Regel und die ist in dem Fall jetzt als Reject definiert. Das heißt, hier an der Stelle würde solcher unbekannter Datenverkehr, also alles, was man nicht kennt, ist erstmal verboten, aber es wird dann auch eine entsprechende Fehlermeldung zurückgeschickt. Ja, nun kommen wir mal zu solchen dynamischen Paketfiltern, die man auch Stateful Inspection nennt und die, ja, zusätzlich zu der Vermittlungs- und Transportschicht rudimentär auch etwas in die Anwendungsschicht reingucken. Also diese dynamischen Paketfilter, die speichern Kontextinformationen zu einzelnen Datenflüssen. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was man vorher hatte, wo man zum Beispiel allgemein irgendwie die Kommunikation zu Web-Servern zugelassen hat, also dann die Anfragen dahin und die Antworten, da erfasst man jetzt hier genauer entsprechende Datenflüsse, die hier vorkommen. Das heißt, genauer, wer mit wem kommuniziert, das erzeugt Einträge in Tabellen. Und, ja, die entsprechenden Tupel kennzeichnen dann genau anhand von IP-Adresse, Portnummer auf beiden Seiten und dem Transportschichtprotokoll, wer hier miteinander kommuniziert. Und, ja, man kann dann Pakete, die darauf folgen, dann nur dann zulassen, wenn die mit den bisherigen Tupeln, die man schon hat und den Datenverkehr hier kennzeichnen, übereinstimmen. Das Ganze ist insbesondere nützlich für das UDP-Protokoll. Das UDP-Protokoll wird an dieser Stelle wie ein statusbehaftetes Protokoll behandelt, was es ja eigentlich nicht ist. Normalerweise würde ja UDP jede Dateneinheit nur für sich betrachten. Hier tue ich aber so, als wäre das ein Protokoll, wo die Dateneinheiten auf jeden Fall miteinander zusammenhängen und versuche, das dann in verschiedene Verkehrsflüsse einzuteilen, wobei es hier ja dann eventuell eine falsche Zuordnung geben kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich so einen UDP-Stream anguckt, der UDP-Stream pausiert dann für eine gewisse Zeit, sagen wir mal 500 Millisekunden und geht dann weiter. Da ist halt die Frage, ist das jetzt ein neuer Stream oder ist das eine Fortsetzung des Serien-Streams? Das kann man nicht so definitiv sagen. Ja, wenn man sich mal die Stärken und Schwächen von solchen Paketfiltern anguckt, dann sind sie relativ kostengünstig und ja, fast alle Router, die man so kommerziell erwerben kann, haben sowas schon integriert und man kann das aktivieren und man kann auch die Regeln relativ leicht erweitern. Allerdings ist es so, dass diese Regelsätze ja in vielen Fällen ein gewisses Eigenleben entwickeln können und mit der Zeit deutlich anwachsen können, sodass man immer mehr aufpassen muss, dass sich die Regeln hier nicht widersprechen. Wenn man sehr viele Regeln hat und wenn man sich das nochmal jetzt anguckt, dass wenn man nicht sowas haben will, dass irgendwelche Regeln gar nicht greifen, braucht man halt eine Reihenfolge, dass die speziellen Regeln am Anfang kommen und die Regeln danach immer allgemeiner werden. Das heißt, bei jeder Dateneinheit müssen dann aber erstmal, wenn die jetzt untersucht wird, eine ganze Reihe von Spezialfällen abgeklappert werden, was dann einiges an Zeit in Anspruch nimmt und so den Durchsatz beeinträchtigt. Manche Protokolle, wie zum Beispiel das Protokoll H323 für Videokonferenzen, sind relativ komplex und man kriegt dieses Ganze auch mit dynamischen Paketfiltern nicht mehr gut in den Griff. Man müsste dann eventuell sehr viele Ports immer erlauben, was man aber dann aus Gründen des Schutzes ja nicht gern machen will. Und insgesamt ist das Ganze halt nicht wirklich auf einer semantischen Ebene. Das heißt, wenn sich jetzt hier ein Missbrauch von Well-known-Ports darstellt, also zum Beispiel, dass jemand auf einem Port, der nicht für FDP vorgesehen ist, aber trotzdem dort einen FDP-Service im Betrieb nimmt, dann kann man das auf dieser Ebene nicht erkennen. Und außerdem ist es so, dass die Inhalte auf der Anwendungsschicht, also zum Beispiel sind da Viren in E-Mail-Anhängen, so etwas kann man hiermit nicht überprüfen. Von Welle Untertitelung des ZDF, 2020